Hey und herzlich Willkommen. Schön, dass du heute wieder hier bist. Ich bin ganz ehrlich zu euch, das ist jetzt mein drittes Video, weil es ich filme und hoffentlich drückt mir die Daumen auch hochgeladen werde. Ich habe schon zwei Videos gedreht, war aber immer so unzufrieden damit, weil, ja, fangen wir ganz vorne an. Ich habe eine etwas längere Pause gemacht und habe mich damals dazu entschieden, einfach keine Videos mehr hochzuladen, aber auch kein Statement oder Ankündigung oder Bescheid zu sagen, würde ich heute anders machen. Hat sich damals für mich einfach richtig angefühlt. Ich wollte einfach keine große Sache aus etwas machen, was es nicht ist. Es haben sich einfach ein paar Dinge bei mir privat verändert und, ja, und da hat es sich einfach sehr angeboten, YouTube einfach dabei ein bisschen auf die Seite zu schieben und mich auf die anderen, ja, Dinge zu konzentrieren. Ich habe aber, ich hoffe natürlich, jeden der, was mir auf Instagram geschrieben hat, auch eine Antwort gegeben und hoffe, dass keiner mehr sauer ist oder das übel nimmt, dass ich einfach hier auf YouTube nichts gesagt habe. Jetzt bin ich hier. Wie gesagt, ich werde es jetzt anders machen, falls sich jemand irgendwie angegriffen gefühlt hat oder fühlt oder unverbehandelt, tut es mir wirklich leid. Und zurück zum Anfang, mein drittes Video. Ich hoffe, es kommt online das erste Video, was ich gedreht habe. Ja, ich bin total außer Übung, sage ich einfach mal. Das zweite Video hat mir dann auch nicht gepasst. Entweder passt mir bei mir was nicht, wie ich rede. Die Nachbarn sind laut, was ich hoffe in diesem Video nicht sind. Und dann habe ich eh gestern eine kleine Diskussion, sage ich mal, geführt. Ja, wann jetzt endlich mein Video... Wann ich jetzt endlich mein Video hochlade? Ich habe ja schon zwei gedreht. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht zufrieden mit dem Video bin, 100% ist das eigentlich eh nie oder fast nie, dann möchte ich es auch nicht hochladen. Ich weiß nicht, dann macht es mir keinen Spaß. Ich denke, euch vielleicht auch nicht. Oder ich möchte euch halt ein, ja, gutes Video bieten können. Und wie gesagt, hoffe ich, dass es dieses wird. Um das ewig lange Intro jetzt abzuschließen, wie ihr den Titel bereits entnehmen konntet, möchte ich euch heute meine Weihnachtsgeschenke zeigen. Das habe ich ja eigentlich schon öfters gemacht. Vorab möchte ich aber sagen, dass Geschenke zu Weihnachten auf keinen Fall das Wichtigste sind oder es zu Weihnachten um Geschenke geht. Ich finde es vollkommen okay, wenn man sich nichts schenkt oder nur was selbst gemacht ist oder wichtelt oder es gar nicht feiert. Also, falls sich jemand mit diesem Video angegriffen fühlt oder das nicht sehen will, das nächste Video ist dann sicher für dich. Ähm, wir haben es so ausgemacht, dass wir uns was schenken. Und ja, dann schließe ich das Intro ab und wir beginnen mit meinen Weihnachtsgeschenken. Und als allererstes möchte ich euch diesen Controller zeigen. Den habe ich für meinen Nintendo Switch bekommen. Ich habe die ja mal gezeigt. Ich habe da die Animal Crossing Edition, weil ich ein Animal Crossing Fan bin. Darum habe ich mich auch sehr über den gefreut. Der ist, ähm, wenn man am Fernseher spielt, kann man den verwenden. Es gibt wohl bei der Nintendo Switch auch, ähm, so einen schwarzen, ja, Controller, wo man die zwei Fernbedienungen, sage ich jetzt mal, reinsteckt. Und der ist sozusagen dann mit der Nintendo Switch extra zu verbinden. Und man braucht die zwei Fernbedienungen. Der ist ganz anders sicherlich. Dazu nicht, genau. Ich habe eh ganz lange nicht mehr gespielt. Auf meiner Insel steht nämlich noch die Osterdekoration, die auch jetzt wegräumen müssen. Ja. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr Weihnachten feiert. Ob ihr es überhaupt feiert. Ob ihr bestimmte Traditionen habt. Ob ihr euch was schenkt. Oder ob ihr euch was selbst gemachtes Schenk. Das finde ich auch immer total schön. Weil, ja, da weiß man, dass man sich Mühe gegeben hat. Natürlich auch, wenn man sich was kauft, ist das sehr aufmerksam. Und wie gesagt, bitte habt, ja, Nachsicht mit mir. Ich bin ein bisschen außer Übung. Aber ich komme da sicher schnell wieder rein. Okay. Als nächstes bleiben wir bei der dickissen Farbe. Habe ich hier einen Anhänger bekommen. Für ein Armband, weil es ich schon habe. Aber man kann das auch sicher auf eine Kette raufgeben. Ich freue mich auch hier oben dr ripkenicos. Die Kette raufallen nicht nur. Sehr schön. Und ich sag's euch, ich war jetzt so lange krank, nicht so krank, krank, dass man im Bett liegt und gar nichts mehr machen kann, aber so die ganze Zeit verkühlt. Also Schnupfen, Ohrenweh, die Nähmühlen waren immer zu, alles war verschleimt, das war so langwierig und ja, dann hab ich wirklich alles gegeben, dass ich gesund werde. Inhaliert, Nasenspray und alles, also das war wirklich mühsam. Ich glaube, einen Monat lang hab ich das gehabt und jetzt hab ich erst am 24. mit dem Nasenspray aufgehört, weil meine Nase einfach immer komplett zu war. Ich weiß, den Nasenspray sollte man nur einmal eine Woche lang verwenden, aber ich hab aufgehört. Es war auch nicht allzu lange, aber das war wirklich sehr mühsam, aber ich glaube, da geht es vielen momentan zu. So, ich weiß nicht, was das ist, aber jetzt zeig ich euch mal den Anhänger. Und zwar ist das passend zu Weihnachten, ein kleiner Lebkuchenmann, ich find den so, so süß. Der hat auch einen Hut auf und so einen Lutscher oder Lollipop, wie man es nur nennen will. Und auf den Hut hat einen Stern und einen Lila und einen blauen Knopf. Bitte verurteilt mich jetzt nicht dafür, aber ich habe das erste Mal alle Schreckteile vor ein, zwei Monaten geschaut. Ich weiß, keine Ahnung. Aber, und da gibt's ja auch den Lebkuchenmann und den find ich so süß. Dann hat das jetzt auch so ein Kurzvideo gegeben, wo der Lebkuchenmann eine Freundin gefunden hat. War nicht wirklich mit der B&D, aber es war die auch so super knuffig. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut über den, weil der einfach so süß ist. Also wirklich richtig knuffig. Ich glaube, das war ja auch ein, das ist meiner liebsten Geschenke. Einfach so als süßes, kleines Lebkuchenmannchen. Dann habe ich noch eine zweite Sache bekommen, was mit Animal Crossing zu tun hat. Und zwar ist das diese. Das, ja, wir haben Melinda oben. Nepp und Schlepp Eugen. Keine Ahnung, wie die Giraffe heißt. Grazia, glaube ich. Ja, ich will nichts Falsches sagen, deswegen eine Animal Crossing Tasse. Die sieht so aus. Ich trinke ja sehr gerne Tee. Ich habe mir auch einen, die Adventskalender gegönnt, teuer. Also nur so den kleinen, aber ja. In der Früh mag ich Tee schon sehr gerne. Ich trinke nämlich gar keinen Kaffee. Und wenn etwas ist immer was Schönes, oder Socken, über Socken freue ich mich auch so, wenn sie total flauschig sind, oder ein schönes Muster haben, oder Weihnachtssocken. Und bei H&M gibt es immer so süße, als Weihnachten. Genau. Für Man ist das natürlich nicht, was mit Animal Crossing, das ist ein Spieleben, nichts zu tun haben, aber ich habe mich gefreut. So, dann. Dann habe ich einen Beautyblender hier und zwar ist der in rosa vielleicht nicht die geeignetste Farbe, weil bei schwarz sieht man einfach den Dreck weniger, aber so sehe ich auch wieder schneller den Dreck, oder halt das Make-up, den Concealer, den was ich verwende und ja reinige ihn vielleicht öfter. Ich bin mir da immer selber zu geizig den zu kaufen, weil der kostet glaube ich 21 Euro für so einen Schwamm, das ist schon echt viel, aber er ist auch echt gut. Und ich trage damit immer meinen Concealer auf, weil ich ja so Foundation flüssige verwende ich ja eigentlich nicht, eigentlich nie, wenn nur abpudern, dass ich nicht glänze. Und ja, der ist eben so klein, den macht man dann unter Wasser nass, drückt den aus und ja, so trage ich dann einfach meinen Concealer unter den Augen, Nasen, Kinn auf, puder das noch einmal ab. Und damit lasse ich das auch ziemlich gut verblenden, finde ich, meine machen es ja mit Pinsel, das packe ich gar nicht. Das sieht so schlimm bei mir aus oder mit den Fingern dann noch eher, aber am liebsten mit einem angefeuchteten Beautyblender. Also, meine sprühen den ja auch in der Hand, weil man nicht aufstehen will, aber dann erzielt das nicht das gewünschte Ergebnis, finde ich. Und da ich mich eh im Badezimmer schminke, passt das auch sehr gut. Ja, es gibt natürlich noch viel günstigere Schwämme, eben wie gesagt, die M-Eigenmarke, ich glaube, die kosten noch ein paar Euro, aber die sind dann manchmal so dick und hart. Ich hatte auch eine von M-Real Techniques, heißt der, oder habe ich damals gehabt, der war orange, der war aber nachher an Feucht noch immer so hart. Das hat dann nicht so beim Auftragen, haben wir uns nicht so ganz, ja, harmoniert, hat nicht so harmoniert bei mir. Aber, naja. Ich hoffe, ich rede heute nicht zu viel. Aber ich habe da halt immer was dazu zu sagen und, ja. Dann habe ich noch eine Karte hier, und zwar sieht die so aus, die ist mit zwei Kätzchen, eine hat, ich glaube, das sind Geschwister, das eine hat mir die Ohren angelegt, glaube ich. Und das ist so eine, ja. Genau. Sich bewegende Karte, nennen wir es mal. Und da ich ganz Nias sehr gerne mag, habe ich mich da auch sehr gefreut. Ihr könnt mir auch unbedingt Video-Wünsche in die Kommentare schreiben, Inspirationen, Ideen, oder sonst was. Das, ja, gibt mir dann auch immer viel Inspiration, entweder drehe ich das so ab, oder mir fällt was anderes ein, oder was ähnliches, oder, ja, da freue ich mich auch immer sehr. Ja, aber total ungewohnt. Und dann habe ich mich heute geschminkt für das Video, meine Haare gewaschen, meine Wimpern, meine Nägel drauf gemacht, weil die sind ja nicht meine normalen Nägel, die sind nur für das Video. Alles, da muss ich wieder reinkommen. Alles, da muss ich noch. Genau, eine liebe Karte. Dann habe ich hier noch von Olaplex die Nummer 3, das ist diese Haarmaske. Ich glaube, die kennen viele von euch. Die verwende ich auch sehr gerne. Ja, ich meine jetzt sind meine Haare, ich glaube das Blondierte, falls ihr mich schon so lange schaut, dass ihr... Ich weiß nicht, ob ich die Videos noch online habe, ich glaube nicht. Ich hatte mal ja meine Haare blondiert. Und mit den Folgen habe ich noch immer zu kämpfen, sage ich ganz ehrlich. Also ich glaube, so ein bisschen ist meine Spitzen blond oder halt das Blondierte. Man sieht es nicht, weil ich jetzt ja damals mehrmals Farbe überfärbt habe. Überfärbt habe. Ja, gefärbt habe meine Haare. Aber das ist natürlich ganz toll. Meine Haare finden sich danach richtig schön an. Und ich glaube daran, dass das hilft. Das Einzige, was ich mir bei Olaplex immer denke, ich weiß nicht, ob das stimmt. Vielleicht schaut dir eine Friseurin oder ein Friseur zu. Und zwar sagt man ja, dass man Olaplex-Produkte nicht mit Geratin-haltigen Produkten mischen soll. Oder zeitgleich anwenden soll, weil das die Haare dann auch kaputt macht. Oder nicht den gewünschten Effekt erbringt. Falls du das weißt, schreib es mir gerne. Das würde mich echt interessieren, weil meine sagen darf man auf keinen Fall. Meine sagen wieder, oh ist egal. Aber keine Ahnung. Und dazu noch das passende Haaröl. Das ist die Nummer 7. Das ist eben, das gebe ich nach dem Waschen ins feuchte Haar. Oder einfach so vom Schlafen gehen, beim Aufstehen ziemlich oft. Aber das hilft wirklich gut gegen trockene Spitzen, finde ich. Und ja. Das riecht auch eigentlich gut. Es gibt da noch so ein Haaröl. Das habe ich auf Instagram gesehen. Das ist auch so gelblich. Das hat irgendwas mit Ghee. Das habe ich noch gar nicht getestet. Das würde mich auch echt interessieren. Ich meine, das ist jetzt auch ziemlich teuer. Ich habe jetzt, bevor ich das Geschenk bekommen habe, von die M. Eines von Balea M verwendet. Das war nur so klein. Irgendwas mit Long hat das Ghee. Heißt das, das kostet nur 2 Euro. Natürlich hat es weniger Inhalt. Aber für den Preis fand ich das auch ziemlich gut. Not so klein. Das ist nicht so. Das ist nur heute. Das habe ich jetzt. Ich freue mich nicht. Ich freue mich auf eine Sache. Weiter geht es mit diesem Handtuch, das hat seine ganz schöne Farbe und ist auch noch ganz weich, weil es ja neu ist. Das habe ich jetzt noch nicht verwendet, weil ich das davor gerne auswasche. Ich weiß nicht, was seid ihr für ein Typ, wenn ihr jetzt Bettwäsche, Handtücher oder Kleidung kauft, wäscht ihr die davor aus oder benutzt ihr die gleich? Ich hasse das, ich kann das auf gar keinen Fall gleich verwenden. Mein Freund sieht dann immer die neuen Pullover an und wird am liebsten in der neuen Bettwäsche schlafen, die so stinkt, weil es ja gerade erst gekauft worden ist. Boah, das mag ich gar nicht. Ich meine, ja, nein, mir fällt jetzt auch gar nichts ein, wo ich das mag. Also habe ich noch nicht verwendet, werde ich auswaschen und benutzen. Ich freue mich aber schon sehr drauf. Da merkt man auch, dass man älter wird. Ja, gestern, ja, gestern, auf jeden Fall war ich bei der Tankstelle und da habe mein Auto halt vollgetankt und da gab es auch ruppellose Sufe Silvester mit einem kleinen Schweinchen und einem Glückspilz. Das ist total süß. Und dann habe ich das halt mit dem Schweinchen genommen und dann hat mich die Dame an der Kasse gefragt, ob sie meinen Ausweis sehen darf. Und ich so, meinen Ausweis wirklich? Und sie, ja, ich tue mir bei ihnen so schwer und ich habe das total als Kompliment genommen. Weil, da habe ich ja den Rüber gezeigt und sie, ah, da wäre ich aber ganz falsch gewesen. Also, ich bin 25 jetzt. Und normalerweise werde ich immer älter geschätzt. Das passiert mir auch auf YouTube. Da gibt es ein paar Gemeinde, die haben schon mal irgendwas mit 30 geschrieben. Ich habe auch hier auch meine Fimpern draufgeklebt und bin stärker geschminkt in den Videos. Also, von dem her habe ich mich wirklich, ja, darüber sehr gefreut, dass ich einmal nicht älter geschätzt werde, als ich bin. Also, schreibt mir bitte nicht, dass ich älter aussehe. Das möchte ich gar nicht hören. Und ungeschminkt schaue ich ja auch dann wieder jünger aus. Das muss man ja auch bedenken. Genau, das war das Handtuch, über das ich mich sehr gefreut habe. Und dann habe ich, so wie jedes Jahr, ähm, was zum Baden bekommen. Und zwar ist das jedes Jahr auch das Gleiche. Das wünsche ich mir aber auch immer. Und zwar sind da vier Party-Kristalle drinnen. Und zwar sieht das so aus. Das haben sie umgetauscht. Da war viel Glück drinnen. Jetzt ist Zeit zum Feiern. Wir haben hier, hab dich lieb, Zeit zu feiern. Alles wird gut und schlafschön. Einfach solche Bade-Kristalle in kleine Säckchen, die was man einmal anwenden kann. Weil ich bade ja gerne. Sehr gerne. Und zu guter Letzt habe ich hier noch eine Geschenksbox. Säne Schleife. Und darin befindet sich noch ein... ...ein Duschgel und eine Bodylotion. Das ist, glaube ich, mit Rose und Wendelek Duft. So, das waren auch schon meine Geschenke. Ich habe mich wirklich super darüber gefreut. Wirklich sehr. Ich hoffe, euch hat dieses Video auch gefallen und ihr konntet entspannen. Auch wenn ich ein bisschen viel geredet habe heute. Ich hoffe natürlich, ihr hattet schöne Weihnachten. Ob ihr das jetzt feiert oder nicht. Oder einfach schöne Tage. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Deshalb wünsche ich euch einfach schon einen guten Start ins neue Jahr und einen guten Rutsch. Ja, ich möchte nicht zu viel versprechen, ob es sich ausgeht. Also, vielleicht kommt noch eines oder danach ein Video. Ja, genau. Dann bedanke ich mich recht, recht herzlich, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch in den Kommentaren lese. Und wünsche euch eine gute, gute Nacht und bis bald. War ein ganz schönes Zimmer? Wiltere. Wirkliche. Gemültere. Untertitelung des ZDF, 2020